Wir haben gemerkt, dass die Art und Weise, wie wir uns mit den Zukunftsherausforderungen beschäftigen, viele Menschen in unserem Land beeindruckt hat. Dass alleine durch die Ernsthaftigkeit, die wir gesprochen haben, viele Menschen Hoffnung geschöpft haben, dass ein neuer Aufbruch für unser Land möglich ist. Das hat bei uns, wie mein Eindruck ist, bei allen Beteiligten den Möglichkeitsraum erweitert und auch neue Fantasie, neue politische Fantasie möglich gemacht.